Hallo, hallo Kinder. Wir sind heute auf dem See. Ja, wir stehen auf dem Wasser sozusagen und das Wasser ist aber gefroren, weil es hier fürchterlich kalt ist. Es ist minus 15 Grad, das heißt 15 Grad unter Null. Und Null Grad Celsius, das hat der Herr Celsius hier ausgetüftelt, der hier aus Uppsala kam. Und die Sophie hat das schon in der Schule gelernt, gell? Ja. Willst du den Kindern mal kurz erklären, was der Herr Celsius gemacht hat? Ja. Also, Herr Celsius hat das Thermometer erfunden. So, er sagte, dass 100 Grad, da wird das Wasser zu Eis. Und bei Null Grad wird das Wasser kochen. Aber nach seinem Tod kam der Herr Linnaeus und sagte, wir sollen die Zahlen umdrehen. Also, Null Grad Celsius, da wird das Wasser zu Eis. Und bei 100 Grad Celsius, da wird das Wasser kochen. Für eine leckere Suppe. Genau. Und seitdem, seit dem Herrn Linnaeus, der hat das rumgedreht, so sagen wir, dass alles unter Null Grad kalter ist, also zu Eis wird. Und hier, wir haben gerade minus 15 Grad, also 15 Grad unter Null. Deswegen ist hier alles gefroren. Und deswegen können wir auf dem Wasser laufen, gell? Ja. Oder Schlittschuh fahren. Ja. Wollt ihr mal kurz zeigen, wie das geht? Ja. Ja. Ich übe noch, Schlittschuh fahren. Genau. Du übst noch, Stella. Genau. Klasse. Ich bin fast hingefallen. So, macht's gut, Kinder. Tschüss. 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 Schau. cz